Grüß euch, ich bin die Paola, weil Paola nämlich steht für Passauer Oberland. Und genau da sind wir. Aber wer kümmert sich eigentlich um wichtige Themen und Belange unserer Region? Ich verratze euch, die integrierte ländliche Entwicklung Passauer Oberland. Unser Gemeindeverbund im Passauer Oberland besteht aus elf Gemeinden seit dem Jahr 2010. Wir kleinen Kommunen müssen uns tagtäglich Herausforderungen stellen und am besten lösen wir sie miteinander im Verbund in der Ile Passauer Oberland. Wir gehören zu einem der größten Flächenlandkreise in Bayern, nämlich zum Landkreis Passau und entsprechend groß ist auch unser Ile-Gebiet. Gerade für mich als Bürgermeister ist die Zusammenarbeit in der Ile sehr wertvoll. Jeder setzt seine Schwerpunkte und die jeweiligen der anderen Kommunen können da wirklich wunderbar profitieren. Durch unsere Kontakte über die Ile haben wir das Ganze zustande bekommen, muss ich mal sagen. Wir beim Fußball. Elf Gemeinden, elf Freunde. Elf Freunde müsst ihr sein und genau Wiendorf ist uns noch abgegangen. Und jetzt sind wir wirklich eine sehr homogene und trotzdem wieder bunte Gemeinschaft von elf Kommunen. Und ich glaube, das können wir jetzt auch erzahlen. Und ob wir das jetzt auch erzahlen können, nämlich in unserer Reportage über die Ile Passauer Oberland. Schaut's einig! Wir haben ein Witzesperger.